Seid, was ihr wollt. Seid Priester, Polizisten, Opernsänger, Aktienhändler oder auch nur Bauernfänger. Ob ihr verlaust seid oder an der Börse spekuliert mit Haifischflossen, Niggerschweiß oder Kaffeebohnen. Ob sich mehr die geraden oder mehr die krummen Wege lohnen. Nur wo ihr euer Geld verliert. Bei Weibern, Wein und Kartenspiel, da wiegt ihr allesamt nicht viel.